Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit dir über das Geschenk sprechen. Stell dir vor, du bekommst von einer sehr unangenehmen Person ein stinkendes Paket. Das ist ein großes Paket. Es stinkt, es schleimt, es tropft und der Geruch ist unerträglich. Und diese Person, die dir unangenehm ist, sagt dir, das ist ein Geschenk. Bitteschön, würdest du das Paket annehmen? Ich gehe stark davon aus, dass du Nein sagen würdest, also ich würde es auch nicht annehmen. Warum nehmen wir aber von unangenehmen Personen oder von Personen, die es uns runterziehen wollen, die Kritik an, wenn sie nicht berechtigt ist? Also heute geht es um unberechtigte Kritik. Warum nehmen wir das an? Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir mit diesem Thema resonieren, glauben wir, dass diese Person recht hat und lassen uns damit wehtun. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist sehr schlank und es kommt jemand und sagt, mein Gott, bist du fett. Da würdest du das Geschenk nicht annehmen. Es würde dir nicht wehtun. Du würdest es überhaupt nicht akzeptieren. Also du würdest es gar nicht annehmen und hättest ein Fragezeichen, was will denn die Person? Ist ja nicht ganz dicht. Irgendwas stimmt mit der Person nicht. Also du würdest es bei ihr lassen und wüsstest, dass da irgendwas nicht stimmt. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Jetzt stell dir vor, du hast Übergewicht und es kommt jemand zu dir und sagt, mein Gott, bist du fett? Oder du hast so zugenommen. Das würde dir wahrscheinlich einen Schlag geben. Es würde dir eventuell wehtun, je nachdem. Es gibt Menschen, die haben so ein starkes, nicht starkes Selbstbewusstsein. Die sind so mit sich selbst verbunden und so mit sich selbst zufrieden, dass so ein giftiger Kommentar ihnen gar nicht wehtun würde. Aber den meisten Menschen, das liegt ja ein Fliegerum, den meisten Menschen würde das wehtun. Es geht jetzt darum, wenn du dich damit eh schon beschäftigst, ich bin zu dick, ich müsste abnehmen, ich bin so undiszipliniert, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser als ich, wenn das eh hier schon resoniert, also hier oben schon die Schleife macht und jemand kommt zu dir und sagt, mein Gott, bist du faul, bist du dick, bist du keine Ahnung was und in dem Moment tut es dir weh, dann glaubst du das, was er sagt, dann glaubst du, was der andere sagt, stimmt und du nimmst das Geschenk an. Ich möchte dir heute mit diesem Video sagen, wenn es Menschen gibt, die negativ sind, die dich runterziehen, die dich nicht berechtigt kritisieren, nimm deren Geschenk nicht an. Du musst es nicht annehmen. Du musst es nicht glauben, was sie sagen. An dem Punkt, wo du merkst, das tut weh, ich habe es angenommen, also wenn es anfängt weh zu tun, hast du das Paket angenommen. Wenn du merkst, es tut weh, dann liegt es jetzt daran, jetzt liegt es an dir, daran zu arbeiten und in dich hineinzuschauen, wo resoniert es, warum tut es mir weh. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, sag mal, du siehst echt ungeschminkt, so scheiße aus und in dem Moment, wenn mir das weh tut, dann weiß ich, okay, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, mich selber anzunehmen, im Spiegel zu schauen, warum akzeptiere ich mich nicht. Kann es sein, dass ich das glaube, was der andere sagt, dass ich zum Beispiel ungeschminkt scheiße aussehe oder je nachdem, was das für ein Thema ist, dass ich mich damit beschäftige, weil das ist etwas, was dann wirklich zu mir gehört, was ich bearbeiten darf. Wenn ich dann anfange, in dem Fall, ich glaube, dass ich ungeschminkt scheiße aussehe, wenn ich da anfange, an mir zu arbeiten, mich zu akzeptieren, mich wirklich zu lieben und das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das geht nicht wie in einem Tag. Jeden Tag in den Spiegel schauen, meine Augen anschauen, meine Lippen anschauen, dankbar dafür sein, dass ich diesen Kosmonautenanzug habe, um die Erfahrung hier zu machen und dass dieses schön und hässlich nur eine Sache ist, die hier auf der Erde ist. Auf anderen Planeten ist schön und hässlich wieder was ganz, ganz anderes. Also wieder ein langes, langes Thema, ich möchte gar nicht jetzt da reingehen, aber an meinem Selbstwert dann zu arbeiten, in meiner Selbstliebe zu arbeiten. Dazu gibt es Videos kostenlos auf YouTube. Ich kann mir dazu ein Buch holen in der Bücherei oder ich gehe in die Buchhandlung und hole ein Buch und lese zu diesem Thema etwas, was mich stärkt, was mein Bewusstsein stärkt. Dann wird es in Zukunft so sein, wenn ich wieder kritisiert werde, weil das Universum testet dich, dann wird es mir nicht mehr wehtun, weil ich weiß, das ist jetzt etwas, was das Problem des anderen ist. Es ist sein Paket, nicht meins. Genau, das ist die Geschichte des Geschenks. Es liegt an dir, nimmst du es an oder nimmst du es nicht an. Wenn es eine unberechtigte Kritik ist, würde ich das gar nicht annehmen. Und wenn ich merke, dass ich es angenommen habe, dann, weil es in mir resoniert, weil ich glaube, dass der andere die Wahrheit sagt oder nicht die Wahrheit sagt, dass irgendwas daran stimmt, reinschauen, warum fühle ich mich dabei schlecht und an mir arbeiten, mich selber zu akzeptieren. Und das Geschenk brauchst du gar nicht mehr anzunehmen. Das kannst du dann beim Absender lassen. Ich wünsche dir damit jetzt einen wundervollen Tag und bis bald zum nächsten Video.